So, dann finde deinen Sitzplatz, vielleicht magst du dich in den Schneidersitz hinsetzen oder du sitzt gerade auf einem Stuhl, dann lass deine Füße und Hüft parallel auf dem Boden stehen, fühl die Fußflächen auf dem Boden, leg die Hände auf deinen Schoß so ab, dass deine Schultern entspannen, die Wirbelsäule ist gerade, aber entspannt. Nimm dir noch einen Moment Zeit und dann lass dich ganz tief einatmen und wenn du soweit bist, dann sprich mir einfach nach. Ich rieche mich nicht auf, ich rieche mich nicht auf, ich rieche mich nicht auf. Ich rieche mich nicht auf, 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 ich rieche mich nicht auf. Und das kannst du so beliebig lange weitermachen, bis der Lockdown vorbei ist. Viel Freude. Gerne weiterleiten.